Das ist dein Mann. Die Pressekonferenz ist beendet. Herzlich Willkommen zu Ahnungslos. Herzlich Willkommen zu der Show, bei der die Kandidaten gar nicht wissen, dass sie Kandidaten sind. Ahnungslos. Morgen, 22.45 Uhr. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Keiner soll das bezahlen. Mit der 1&1 All-Net-Flat unbegrenzt ins Festnetz und in alle Handynetze telefonieren und mobil surfen. Für nur 29,90. 1&1.de Der kapitalistische Konsumapparat hat eine neue Unterdrückung auf uns gerichtet. Dieser Online-Shop. Mit riesen Ausfall und einem über... Hey, hat hier jemand Schuhe bei Zalando.de bestellt? Aber ich kann sie auch wieder zurückschicken. Der Versand ist da ja kostenlos. Zalando, schrei vor Glück. Hallo, Greg. Ich beobachte dich. Ja? Die Familie ist ein Geschenk, das man nie mehr los wird. Darf ich an der Klettermann hochklettern? Ja, aber sehr vorsichtig, ja? Doppelte Dosis Focker. Und wenn ihm so wäre? Doppelte Dosis. Meine Frau, unsere Kinder und ich. Ab 23. Dezember im Kino. LaViv. Die neue Popstars-Band. Mit ihrer brandneuen Single No Time for Sleeping. LaViv. Mit No Time for Sleeping. Aus dem kommenden Album No Sleep. Single ab jetzt. Und Album ab 17. Dezember. Überall. Jetzt neu. MyVideo Musik TV. Dein neuer Musiksender im Internet. Deine Topstars. Non-Stop. Wann du willst. Hey, wir sind The Black Pony. Checkt unsere neue Single Voice Up. Crazy. Dein Musikhans in der Zukunft. Klick dich rein. Pokern kann so einfach sein. Bei WPoker.tv. Machen Sie mit. Gehen Sie online. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos. Bei WPoker.tv. Und Sie erhalten von uns 5 Euro Bonus. Spielen Sie sofort. Für nur 50 Cent. Erleben Sie große Emotionen. Packende Duelle. Und treffen Sie Spieler aus ganz Deutschland. Gehen Sie jetzt auf WPoker.tv. Und machen Sie Ihr Spiel. Reise.com. Ihr Reisemarktplatz im Internet. Alles zum besten Preis. Jetzt günstige Last Minute Pauschal Hotel und Flugangebote finden. Nur bei Reise.com. Experten-Tipps und alles zu Ihrem Reiseziel finden. Neu auf Reise.com. Halten Sie Ihre schönsten Erinnerungen in unserem Reise.com-Fotobuch von PIXUM fest. Ihr Fotobuch zum Aktionspreis von 9,95 Euro. Exklusiv auf Reise.com. Es heißt immer Liebe kennt keine Grenzen. Diese Liebe kannte sie nur zu gut. Hinterm Horizont. Das Musical über das Mädchen aus Ost-Berlin. Mit den Hits von Udo Lindenberg. Ab Januar nur in Berlin. Tickets unter musicals.de Ihr Fotobuch zum Aktionspreis von 9,95 Euro. Exklusiv auf Reise.com. World of Warcraft Cataclysm. Jetzt für PC und Mac. Sust du ein originelles Weihnachtsgeschenk? Cool für Tom. Für Anna. Lukas. Mama. Und für mich. www.derwander.de Einzigartige Geschenke für all deine Lieben. Hier ist mein neues Windows Phone. Auf der Startseite sind Live-Updates, die sich ständig aktualisieren. Einfach checken, einstecken und zurück ins Leben. Anders als er da. Na super. Alter Schwäle. Weniger im Weg stehen, mehr im echten Leben. Das neue Windows Phone. Jetzt bei der Telekom. Das McDonalds SMS mit vielen Produkten dauerhaft ab einem Euro. Zum Beispiel mit dem Chicken Burger. Mega Blockbuster. Seine Freiheit ist grenzenlos. Ich denke, dass du mir irgendetwas verschweigst. Doch jede Gabe hat ihren Preis. Du glaubst, du kannst überall hinspringen. Jump, 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 jump. Ohne dass was passiert? David, was ist hier los? Samuel L. Jackson. Alles im Leben hat Konsequenz. Megan Hayden Christensen. Nein! Jumper. Jumper. Sonntag, 20.15 Uhr. Pro 7. Der Mega Blockbuster wird Ihnen präsentiert von Radeberger. Seelen, staunen, verstehen. Galileo. Bombige Päckchen. Erst kürzlich traf in Köln eines aus dem Jemen ein. Sprengstoffpakete werden zu einer dauernden Bedrohung. Echt explosive, aber auch gefakte. Wie gefährlich sind sie? Und wie kann man mit Hightech Sprengstoffe entdecken? Die Extremreportage. Nicht nur mehr, sondern alles Wissen. Bleiben Sie dran. Galileo gleich im Anschluss. Hier auf Pro 7.